Opel Kult, Opel Classic, hier habe ich euch wieder mal was ganz ganz Edles, ein Opel, der wirklich im Top-Zustand ist, so geile Farbe, bisschen verbastelt mit Lenkradschutz, das klaut hier keiner das Auto, es ist so auffällig, dass einer klaut, dann würde man ihn sofort finden, ich denke, das ist ein Kadett, oder? Ich habe ihn aufgemutzt im Rennwagen, breiter, wahrscheinlich mit Fiberglas, aber schön, auch die Felgen, das gelbe Lenkrad passt so richtig, einmalig schön auch diese Recaro-Schalensitze, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt riecht über das Video, aber ich rieche es, es riecht einfach nach Oldtimer-Kult, nach Klassik, nach, und ich finde, jeder sollte nebst einem Auto noch einen Oldtimer in der Garage haben, und nicht nur in der Garage, manchmal dann auch rausfahren und rausgehen mit dem, weil, ja, neue Autos sind vergänglich, man sitzt halt überall, Oldtimer, da hat man, egal was ist, ob es ist ein Opel, ob es sitzt oder was auch immer ist, man hat einfach das Aufsehen erregen, es ist einfach etwas Edles, und, ja, ein bisschen wie ein Fingerabdruck, und Persönlichkeit, man widerspiegelt mit seinem Oldtimer-Auto. Der ist geil gemacht, wirklich, finde ich ganz toll. Opel ist sonst nicht so meine Lieblingsmarke, aber die alten finde ich einfach cool. sehr, sehr, sehr gut.